Wie heißt der Sender? Radiofabrik? Was ist das für ein schwuler Name? Die spielen so viel in verschiedenen Musik, so viele Richtungen und 90% ist trotzdem ein Schaß. Da bauen sie Radios. Ja, da bauen sie Radios und so was. Genau so klingt die Musik auch, so ob es Radios bauen will. Please, buddy.